Drums of Mother Earth ist eine Ausbildung mit den Trommeln, mit der Trommel der Erde. Die Erde als Urmutter, die Leben gebiert. Du lernst das schamanische Reisen mit deinen Verbündeten, den Krafthirn, den Lehrern, den Begleitern, den Geistwesen. Du lernst die Kraft der Verwandlung der Seele, wo sie Baum werden kann, Berg, Wasser, Urkraft, Urmutter. Die Schamanen arbeiten mit den Spirits und die Krafttiere sind sehr mächtige Helfer auf dem schamanischen Weg. Wenn wir mit ihnen in Kontakt treten in der schamanischen Reise, wie auch im Leben, draußen in der Natur, wenn sie uns beginnen zu begegnen, dann gehen wir mit einer unbändigen Lebenskraft in Kontakt. Sie sind Vertreter, sie sind Begleiter, sie sind Heiler einer Kraft, einer Urkraft, die wir Menschen schon lange vergessen haben. Und sie nehmen uns mit auf den Reisen, diese Kraft zurückzugewinnen, zurückzuholen. Du findest ein Krafttier, indem du auf die Reise gehst, in einem heiligen Raum, mit der Trommel, gehst du in Trance. Dieses Ritual der Krafttiersuche ist gut in einem geschützten, heiligen Raum zu begehren. Es kann aber sein, dass das Tier dich ruft, dass es dir begegnet, dass es dir in Träumen erscheint und dass es dir in der Landschaft erscheint. Wenn wir hingehen zu den Tierspirits, dann wissen sie genau, was du brauchst. Wir sind unglaublich mächtige Begleiter, Vertraute, Vertraute im schamanischen Arbeiten.